Naja, ich bin trotzdem noch nicht mit dem Drecks noch fertig. Oh man, ich bin trotzdem noch nicht fertig. Weil ich habe eine große Tür noch nicht geöffnet. Den Schlüssel haben wir ja. Yep. Ich bin ein Killer. Ich muss gerade mal gucken, was es hier noch gibt. Oh. Oh. 100 Robine, die hätte ich mir die entgehen lassen können. So, da oben bin ich hin. Sollte kein Problem werden. Da oben war ich schon, da würde ich nicht mehr hin. So, machen wir mal hier ein bisschen Speed. Stopp der Qualen. Ah, was? Ja. Okay. Das ist gar nicht so schwer. Oh, und jetzt bin ich im Kreis gegangen. Ah, so war das, ja. Wo muss ich nochmal hin? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schon mal links hin. Ich wollte noch die andere große Tür aufmachen, weil egal was da ist, ich will es haben. Schillt euch weg. Ja, brav. Die hören auf Kommandos. Und zack. Das wird aber immer wütend. I'mma light it up. Nein. Sie sind mir reich. Reich an der Fahrer. Ja. Okay. Ich bin auch mit meinem Lateinemann zu langsam. Was?! Wie kann das sein?! Yo, Digge! Heh, Entschuldigung, mein Fehler. Ich hab's mir wohl aus der Hand gerutscht. Ähm... Es ist eine schöne Gelegenheit, ein paar Töpfe zu zerstören und 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 und. Oh... Die Bombe zu kriegen... ...und Pfeile darauf folgen aus. Oh! Was?! Ähm... Ich hab' nichts gesagt, was?! Okay, ähm... Ach, da gab's doch noch ne Tür, ich hab's doch genau gesehen... Wo muss ich da nochmal lang? Hier lang, glaub' ich, oder? Ah! Oh Gott, das ist wirklich... Oh, das ist doch schon mal, äh... ganz nett. Wooh! Ah, hier war's. Rein gar nix? Wirklich nix? Ich könnte mal hier nochmal hingucken, wo war ich denn noch nicht? Ach komm schon, in einem Raum war ich echt noch nicht! Wir können hier doch nicht alles anzeigen! Ich war in einem Raum noch nicht! Oh, Geld! Entschuldigung, aber das muss ich sagen. Ah, was war das denn hier? Sieht was aus, ha? Oh! Ja, natürlich war das hier! Und genau, so sind wir was hier? Ah! Chillisch! Ah! Lass ihn dir nicht entgehen! Ah! Das war ne Abkürzung! Vom Brenni! Tontraum schießen! Troffen! Huh! Kleiner Samenbeutel-Verse! Bam 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 bam! Oh, ich bin die Musik jetzt schon leid! Ach! Einfach zurück! Einfach zurück! пошeln! Tschüss! Nummer Sch minderisch! Ach Gott! Und hinfort! Oh, ich mach hier das ganz große Geld! Kinder, ich kann mir jetzt so eine Flasche kaufen die mir dieser Araban drehen wollte! Das ist immer schön! Ich mag Flasche! Pupupupupapas, pappplupu! Poin. 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 Hoin. Ha, 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 ha. Ha. Ha, 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 ha. Auf, ha, kilowatt. Wo ist in der Haus? Wo ist ihr Tierchen? Hier ist es Tierchen. So. 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 Toll. Ups. Ich weiß gar nicht, wie ich laufe. Ich hab's vergessen. Ah! Ich weiß es wieder. Ja! Wir sind endlich schnell! Wow! So schnell ist noch niemals die Treppen runtergegangen. Uhuhuhu, meine Höhle! Nein! Mach die Augen zu, Freunde! Sonst passiert nix! Ah, cool. Danke. Ich hab geblinzelt, deswegen ist nicht viel passiert. In Wirklichkeit wollt ihr die uns in die Wäsche. Was? Oh Gott! Ich hab nur noch nie in die Wege. Hm... Ich werde jetzt rein. Hier soll ich wohl nicht schlau. Schneller wie der Wind! Schneller wie der Wind! Was ich mich frage, ob ich es schaffe, den Raum von Chris Hurley zu finden. Die alte Legende. Ja, dieses Spiel hat tatsächlich mehr hinter sich als die meisten wissen. Dieses Spiel ist von mehreren Legenden geplagt. Meine. Oder vielleicht auch zwei. Werde ich finden. Naja, wir haben es schon mal geschafft, Hühner erscheinen zu lassen. Na, wie geht's, der Schnecke? Wow, habt ihr das gesehen? Zack. Ich flieg weiter zurück, als ich Anlauf nehme. Wie sieht's mit dir aus? Ah, ist das so, ja. Oh, warte, was? Besiegst du Arganin, dann werden auch die Soldaten seinem Bann entrinnen. Und mach dich auf, alle drei Monate zusammen. Kein Ding. Folge bei der Suche den Zeichen, die der Dorf als auf deine Tat gemalt hat. Geh doch mal zu einem Versager, Hubs. Geh doch mal zu einem Versager, wenn du dich verlaufen hast. Meinst du, der Versager hilft mir? Oh, den kann ich nicht wieder. Oh, den kann ich nicht wieder. Oh, den kann ich nicht wieder. Und... Oh, leck. Oh, leck! Was seid ihr denn für Monster? Oh, ich wollt laufen! Gott. Ha, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich bin im Prinzip wieder zurück, weil ihr versteht, weil ich meine, also. Oh. Egal welcher Arsch das ist, du kannst nicht werfen. Hör auf, man. Das ist nicht cool. Tee. Ha, ha. Ha, ha, ha. Einfach mal nach oben, ha? War das denn jetzt mal? Oh, stimmt. Das Siegel, welche sich nun mit Zelda verschieben konnte. Buh. Na. Ich bin zu schnell für die, habt ihr gesehen? Die hatten keine Arme aus dem Blut. Die auch nicht. Und... Was? Da war doch hier was. Komm schon. Ich weiß, dass hier was war. Und ich werde ihn finden. Wenn ihr euch fragt, was... Ein Geheimnis. Ich werde die Geschichte dann erzählen. Wann dann werde ich die erzählen. Fahre ich die. Ähm... Aber jetzt... Da oben soll das Schwert sein? Das ist ein Geheimnis. Yen. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020